Hallo zusammen. Es ist eine ganz spezielle Situation, eine schwierige Situation, die wir alle derzeit durchmachen. Mein erster Gedanke geht an alle, die betroffen sind, an Familien, die Opfer hatten und denen möchte ich alle meine guten Gedanken ausrichten und bleiben stark. Auch die Wirtschaft, das heisst der EHC FISB, ist stark betroffen von dieser Situation. Es ist die Frage gestellt worden, wie man auf Seite der Öffentlichkeit, aber auch der Institutionen, dem Club wie ein EHC FISB helfen möchte. Gewisse Massnahmen sind auch eingeleitet worden. Wichtig scheint mir aber, dass man vielleicht noch einen Schritt weitergehen kann und dass man auch die ganzen Nettoverlust von einer Organisation wie IG eingegangen ist, dass man da Massnahmen und Instrumente findet, dass man dem auch gegenwirken kann. Es ist nicht nur der EHC FISB, die ganze Wirtschaft liegt darunter und mein Gedanke geht auch an IG Partner, an die Gesamtwirtschaft, die momentan ohne noch durchmüsse. Ein Blick in die Zukunft ist auch ein Blick von der Hoffnung. Und da denke ich an alle Ihre Abonnenten, an die Freie Öffentlichkeit und unsere Partner zu sponsern. Und nebst innovativen Instrumenten, die wir von der Politik erwarten, für die momentanen Situation zu überwältigen, geht es mir eigentlich auch darum, morgen Morgen zu teichen. Irgendwann spielen wir in dieser Hockeyhalle wieder vor viel Publikum Hockey und da sind wir auch wieder angewiesen. Und liebe Fans von MHC FISB, aber auch Partner, dass ihr wieder mit Vertrauen in dem Club beistimmt. In diesem Sinne wünsche ich euch auch viel Gesundheit.